Ein Rezept für Kirschpralinen. War schwer zu kriegen. Aber was machen wir jetzt? Dann wird das die andere Frage... Ein Rezept für Kirschpralinen. War schwer zu kriegen. Tja, jetzt haben wir ein Rezept für Kirschpralinen. Einfach so kann ich es nicht am Fahnenmast befestigen. Klunk, wie kannst du eigentlich immer... Ich habe mit den letzten Schnüren das Rezept fest verknotet. Oh, Entschuldigung. Ich hab dich... Hey, heißt das? Ich bin zivilisiert? Ach, sei still, du Dummkopf. Hä? Zieh mal das Rezept. Ach so, das... Jetzt muss ich die Fahne rübergezogen. Okay. Nehmen wir das mal. Oho, ein Rezept, um Kirschpralinen herzustellen. Hm, diese würden mir wohl auch munden. Jo, also wir können jetzt Sponlinien herstellen. Das ist die Lösung für den Hamster. Würde ich behaupten. Und zwar legen wir jetzt... Können wir mehrere Sachen reinlegen. So, das schicken wir auch noch unten. Da liegt bereits etwas im Lift. Ja, ja. Nehmen wir es mal raus. Die braucht der Koch bestimmt gleich. Wenn der Koch überhaupt was kochen will. So, gut, du legst jetzt das Rezept noch dazu. Und du korbelst wieder fleißig. Nimmst dir das Rezept. Mal sehen, was du dazu sagst, Sybil. Was sagst du denn dazu? Hm, ein Rezept für Pralinen. Was soll ich damit? Ja, wir konnten die bisschen herschicken. Also im Endeffekt muss er ja... Mein allerbester Koch. Ich hätte hier ein kleines Rezept für Pralinen. Kannst du mir ein paar davon herstellen? Ein Rezept? Hm, aloh, aloh, oui. Ich könnte schon machen die kleinen Pralinen. Aber ich bin noch etwas frustriert wegen der Übungen von meiner Küche. Das Backen bringt dich bestimmt auf andere Gedanken. Hm, na ja, egal. Ein Versuch ist es wert. Aber die Kirche, ich habe gar keine Kirchen, die so schön werde prickeln in die Barnabelle. Sobald ich Kirchen habe, fange ich an. Dezuit. Hier. Der weiß aber auch gar nicht, dass die ganze Rezeption stattfindet. Oder wie man das sagt. Hier habe ich die fehlenden Kirchen. Also los ans Werk. Ohlala, ich arbeite, wieder in die Küche. Formidable. Was für eine Freude. Noch ein Moment. Ich bin gleich fertig. Das ist schön, dass wir eine Freude machen konnten und endlich weiterkommen. Hier, jetzt können wir den bestimmt einfangen und dann können wir es sehen. Et voilà. Delizieuse Pralinen de la Kirche. Was sollte das nutzen? Lieber nicht. Ich stelle die Uhr mal. Hier war ich dem Hamsterchen. Das lasse ich lieber. Ach, verfressenes Nagetier. Hat sich wieder in seiner Zuflucht verkochen, bevor ich seine Habhaft wurde. Wie soll das denn klappen? Wir probieren es noch einmal aus. Nimm, 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 nimm. Wir waren noch fünf Minuten zu lang. Ach, verfressenes Nagetier. Hat sich wieder in seiner Zuflucht verkochen, bevor ich seine Habhaft wurde. Ein kleines Schlösschen soll das eine minderwertige Miniatur... Ja, mich interessiert. Ein verfressener, schlafender Hamster. Eigentlich bräuchte ich nur noch ein Brötchen und etwas Senf. Ja, ja, hi, 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 hi. Kannst du den Vogel nicht noch einmal freilassen? Der macht doch jetzt Dong. Der Papageienkäfig für das zweite Haustier der Königin. Kannst du nicht noch einmal aufmachen, gell? Nee. Dann brauchen wir den, sein Dong. Wieso denn bloß? Ha. Besser nicht. Ha. Nein. Frische Pralinen mit einer Kirsche versehen. Hm. Nein. Mann. Das ist bestimmt mal irgendeine total billige Lösung wie, äh, mit so Pendeluhr. Aber das geht doch nicht. Ja, finde ich auch, aber, naja. Warte, ich. Hamster, nehm, hamster, nehm, hamster, nehm, hamster. Verdammt. Ah. Ach, verfressenes Nagetier. Hat sich wieder in seiner Zuflucht verkrochen, bevor ich seine Habhaft wurde. Brauchen wir vielleicht nochmal das Laufrad. Das lasse ich lieber. Hm, das Rad passt perfekt. Allerdings glaube ich kaum, dass ein einfacher Hamster den Aufzug... Hm. Warum soll der aber die Flagge benutzen? Hm. Na komm. Irgendwas rein. Also das Rezept hat uns die Küchlein gebracht. Ich bin der Meinung nach, wenn wir ein bisschen die Küchlein benutzen. Das ist nur ein komischer Hamster, da. Der trinkt nämlich ja mit Bild von den Kirschküchlein. Hm. Was sollte das nur... Komm, das probieren wir jetzt. Komm mal. Hamster muss doch irgendwie zu kriegen sein. Das gibt's doch nicht, Leute. Ja, ja. Die Stellen ist glaube ich einfach nur zu dumm an. Geh schon mal hier rüber. Hand wir hier schon mal breit machen. Lieber nicht. Wieso lieber nicht? Das lasse ich lieber. Nein. Ein verfressenes Nagetier. Hat sich wieder in seiner Zuflucht verkrochen, bevor ich seine Habhaft wurde. Verdammt. Die Flagge hat bereits einen Aufdruck. Ich sollte zunächst versuchen, dies wieder zu entfernen. Na, verdammt. Ja. Äh. Ach, es hat keinen Sinn, wenn ich hier stundenlang im Her- und Herlaufe. Ich versuch das Offscreen mal und dann zeig ich euch, wo der Fehler lag. Also dann, bis gleich. Willkommen zurück bei Let's Catch the Hamster. Ich dachte, wir brauchen vielleicht noch irgendwas, um den blöden Hamster zu fangen. Ich habe rumprobiert, aber nein. Die Lösung, wir hatten die ganze Zeit die Lösung. Wir waren einfach bloß immer zu langsam. Und zwar, Gong Malgo. Schnell, schnell, Sybil, beweg dich. Sybil war einfach bloß immer. Zack. Schnell, 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 schnell. Ja. Super. Gleich beim ersten Besuchen der Aufnahme. Ich taufe dich hiermit auf den Namen Pavlov. Hm, mal sehen, ob noch Brötchen da sind. Hehehe. So, wir waren nämlich die ganze Zeit immer nur einfach zu langsam. Das geht nämlich einfach so einfach. Da haben wir bestimmt ewig lang gehangen. Ich glaube, eine ganze Aufnahme oder so. Hier, korbel den mal hoch. Zu dem fetten Paladin. Warte, warte, Paladin war nicht fett, sondern der Hamster. Naja, wurscht. So. Dummer Paladin, nimm dir den Hamster. Nimm dir den Hamster. Setze Hamster in Laufrad. Tust du das bitte für mich? So, ich bin gef... Na, ich sag schon wieder so, so, so. Und jetzt? Hm, das Rad passt perfekt. Allerdings glaube ich kaum, dass ein einfacher Hamster den Aufzug betreiben könnte. Dazu würde es schon einer besonderen Motivation bedürfen. Hier haben wir... Und zwar Küchen. Ach, nein. Nein, nein. Aber einmal klickert recht. So. Das ist schon wieder so. Also bis jetzt... Letztens sind wir ja ein bisschen träge voran gekommen, aber jetzt geht's. Ratzfatz. Der Lift. Nein, du sollst... Keine Spannung nehmen, verdammtes. Du sollst gar nichts mit dem Lift machen. So. Ich bin gespannt. Ich steig mal in den Lift rein. Und das benutzt du jetzt wieder. Hm. Mein scharfer Verstand sagt mir, dass dieser Hamster tief und fest schlummert. Nur ein wacher Geist kann aufnehmen. Ähm, also Nahrung, meine ich. Ha. Könnte schief gehen. Ja. Aber wir haben ja hier den... Hey, du! GONG! Ah, der Hamster ist scheinbar... Erwacht. Hä, was machst du nur? Oh. Guck mal her. Hier, hör her. Was hast du nur gemacht? Hm. Mein scharfer Verstand sagt mir, dass dieser Hamster tief und... Oh. Weil du zu lahm warst. Hey, du! Ah! Ah, der Hamster ist scheinbar erwacht. Geh mal hier vor, Mann. Oh. Was für deliziöse Schokopralinen. Vielleicht sollte ich auch einfach welche... Geh mal hier vor, Mann. Oh. 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 Dicker. Läuft der? Boah, der dicker Hamster läuft. Der wird auch schocken, Manni. Wasser schon drin gesessen. Oh. Der Hamster ist stärker zerfallen. Lauf! Lauf! Lauf, Moppy! Der Monster-Hamster. Moppy, der mopsige Hamster. Yeah. Oh. Irgendwie... fühle ich mich... ...merkwürdig. Hey! Was... Was... Was passiert hier? Halt! Ich... Bin der große Ambrosius! Held der... Ist der kleine Ambrosius. Ich schrumpfe! Ich schrumpfe! Oh! Vielleicht stimmt etwas mit diesen Schokopralinen nicht. Nimm ihn mit. Komm, kleiner Ambrosius, wir nehmen dich mit. Ein Miniatur, Ambrosius. Wie gut würde ich mich wohl fühlen, wenn ich einfach meinen Fuß darauf... Du... ähm... Riesiger Wicht! Lass diese Scherze! Welche Scherze? Aber vielleicht kann ich dich noch im Kampf gegen Basilius gebrauchen. Riesiger Wicht. Scheinbar nähern wir uns bald im Ende. Weil er ja was vom Kampf gegen Basilius sagte. Äh... Ja, toll. Und jetzt... Schon wieder versperrt! Wenn das Schloss erst einmal wird... Das Schloss wird nicht mehr dein Besitz! Wir haben dich abgesetzt! Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass du mich nicht reizen solltest, wenn du ungefähr so groß wie mein Fuß bist? Nein, das füllt ihm niemand ein. Wir haben doch hier die Hamsterklappe. Oh, wie süß! Los, Kleiner! Geh und hole mir den Schlüssel! Praktisch! Ja, das Ding ist unglaublich schwer! Nur gut, dass ich als Paladin schier unmenschliche Kräfte habe! Hervorragend! Der Schlüssel ist mein! Das war einfach! Hehehehe! Wie sieht denn der aus? Der Schlüssel für die Thronsaaltür! Wunderbar! Endlich mal eine Tür, die ich aufsperren kann! Warum? Ist das nicht oft der Fall? Sei still! Ich hab... Ach... Ach ja... Wunderbar, wunderbar! Mit dem Schlüssel können wir endlich Basilius verfolgen!